Hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und unsere heutige Challenge ist es mal zusammen, von einem dünnen Stock zum kräftigsten und stärksten Spieler auf dem ganzen Roblox-Server zu werden. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben und dann bist du auch ein Teil der Santex-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und heute, Freunde, werden wir mal mega, mega krass trainieren. Ihr seht es, ich bin einfach so ein dünner Stock, einfach ein Strich in der Landschaft, wie man sagt, Freunde. Und warte mal, hey, komm hier und guck mal, wir haben gar keine Chance gegen irgendwen. Nein, 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 es tut mir leid, oh nein, oh nein, ich bin hier schon weg, Freunde. Wir haben echt gar keine Chance und unsere heutige Mission ist es aber, Freunde, mega, mega stark und kräftig zu werden. Also einer mit mega vielen Muskeln, oh yeah. Und dann werde ich euch allen zeigen, wer hier der Stärkste ist. Und dafür, Freunde, müssen wir hier trainieren. Ihr seht es, wir haben einmal so eine Hantel und die müssen wir die ganze Zeit so kräftig nach oben hochheben. Und jawohl, eine 8er Kombo, eine 9er Kombo. Und ihr seht es, Freunde, hier die Stärke geht immer und immer höher. Jetzt haben wir schon gleich eine Stärke von 50, jawohl. Und wir werden dadurch immer und immer stärker. Let's go, Freunde. Das ist mega, mega krass. Und guckt euch das mal an. Wir haben jetzt schon eine 25er Kombo. Komm, wir machen auch die 30er Kombo voll. So, komm schon, komm schon. Und yeah, okay. Das sind auf jeden Fall die 30er Kombo. Und Moment mal, hey, was ist denn mit dir los? Lass mich in Ruhe, ich bin nur ein Stock. Und was ist denn mit dir los, Freunde? Die sind ja schon mega, mega stark. Okay, und dann haben wir hier noch, oh nein, oh nein, ich bin ja schon weg. Oh Gott, oh Gott. Also diese Hantel verbessert auf jeden Fall unsere Stärke, wie man schon erkennen kann. Dann gibt es noch einmal Squats. Und auro, genau. Das sind Squats, das sind solche Sportbewegungen. Und dadurch wird auf jeden Fall unser Speed verbessert. Ihr seht es, wir haben jetzt einen Speed von 23, 24 und so weiter. Oh, guck mal, mein Popo, Freunde. Meine, das sieht echt mega, mega lustig aus. Yeppie, yeah. Und diese Übungen müssen wir jetzt die ganze Zeit machen, Freunde. Bis wir mega, mega krass stark sind. Vielleicht sogar so stark wie der hier, die goldene Statue. Auch wenn das jetzt kein echter Spieler sind, Freunde. Irgendwie sehen wir echt richtig, richtig schwach aus. Ich meine, schaut uns mal an. Wir haben ja gar keine Chance gegen irgendjemanden. Und guckt mal, wie krass stark die anderen sind. Oh, mein, oh, Mann. Aber, Freunde, da mir das Ganze schneller geht, würde ich sagen, wir kaufen uns direkt mit zweimal Combo-Gain. Oh, yeah. Und wir kaufen uns direkt mit 600 Robux 2500 Juwelen. Oh, yeah, Freunde. Und mit diesen 2500 Juwelen werde ich mir erst mal ein Medium-Gewicht kaufen. So, jetzt habe ich das auf jeden Fall gekauft. Und jetzt muss ich das Ganze auf jeden Fall equippen. Let's go. Und jetzt, Freunde, wow, haben wir sogar solche Medium-Hantel und plus sogar Max-Kombi aktiviert. Und schaut euch das mal an, wie schnell das jetzt schon geht. Bam. Wir kriegen pro Hochheben jetzt schon plus vier Stärke. Das ist mega, mega krass einfach. Und wir haben schon eine Stärke von 140. Das geht jetzt mega, mega schnell durch diese Max-Kombo. Und, Freunde, was ich euch noch vergessen habe zu zeigen, das ist einmal das hier. Und wenn man das hier macht, oh, Freunde, wie wir meditieren mal ein bisschen, wird unsere Magie verbessern. Ihr seht es, Magie von 10 haben wir jetzt, 11, 12 und so weiter. Oh, yeah. Und da müssen wir ein bisschen meditieren. Aber damit wir wirklich stärker werden, Freunde, kommt es wirklich auf diese Medium-Hantel an. Oh, yeah. Und die müssen wir jetzt mega, mega, oh, schnell hochheben, Freunde. Und dadurch werden wir auf jeden Fall mega, mega stark. Let's go. Oh, mein Gott, Freunde, was geht denn jetzt ab? Wir haben gleich schon eine, oh, mein Gott, 100er-Kombo. Das ist mega, mega krass. Und schaut euch das mal an, wie krass meine Stärke steigt. Wir haben jetzt schon eine Stärke von 860 gleich. Oh, mein Gott, das geht mega, mega krass. Und schaut euch das mal an. Wir haben jetzt schon Goodlifter. Oh, mein Gott, wir werden immer und immer stärker. Ich hab's euch gesagt, Freunde. Haha. Prolifter. Oh, mein Gott, jetzt geht es mega, mega krass voran. Wir haben schon eine Stärke gleich von 1.700. Und schaut euch das mal an, Freunde. Wir sind auf jeden Fall schon einiges stärker geworden. Und ich sag's euch. Gleich werden wir der stärkste Roblox-Spieler der ganzen Welt sein. Und alle zerstören. Let's go. Moment mal. Hey, hier greift uns wir an. Das darf nicht wahr sein. Blah. Haha. Tja, voll. Wir haben den echt weggeschnetzelt. Tja, der hat leider meine Streak zerstört. Aber das ist gar kein Problem. Wow. Schaut euch das mal an, Freunde. Was geht denn hier? Bam, bam, bam. Haha. Schaut euch das mal an. Wir sind sowas von stark. Und, äh, unser Kopf ist irgendwie immer noch so klein. Das ist ein bisschen verrückt, Freunde. Aber das einzige Problem ist, wir sind jetzt mega stark. Aber schaut euch das mal an. Wir sind so, so langsam. Wir haben eine Speed, also Schnelligkeit von 43 erst, Freunde. Und deswegen würde ich sagen, Freunde. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Ultra-Speed aktiviert. Ich sehe gerade auch im Shop, Freunde. Schaut euch das mal an. Wir können hier verschiedene Kisten öffnen. Wir haben hier noch 1500 Juwelen. Und ich würde sagen, Freunde. Wir öffnen erstmal eine Uncommon Crate. Und mal gucken, was kommt raus. Let's go. Und, oh mein Gott. Ich bin so, so gespannt. Und, komm, schaut, Freunde. Und, wow. Wassermelonen-Handschuhe. Was in der Bitte? Wassermelonen-Handschuhe. Hahaha. Schaut euch das mal an. Ich habe einfach so Wassermelonen-Handschuhe. Das ist mega, mega verrückt. Und wir kaufen uns noch eine Rare-Kiste für 1000 Emeralds. Und mal schauen, was hier rauskommt, Freunde. Hier muss auf jeden Fall was richtig Krasses rauskommen. Let's go. Komm schon. Und, Naruto-Glows. Und, Freunde. Was? Schaut euch das mal an. Oh mein Gott. Das sind meine Naruto-Handschuhe. Die sind ja mega, mega OP. Let's go. Wer will sich mit mir anlegen? Bah, bah. Oh, oh, oh. Da hat ihr gar keine Chance, Freunde. Ich glaube, das sind die allerstärksten Handschuhe. Auf dem ganzen Roblox-Server hier. Oh Mann, oh Mann. Das ist mega, mega krass. Wir werden immer und immer schneller. Wir aktivieren gerade unseren Speed, Freunde. Und schaut euch das mal an. Wie krass das schon aussieht, Freunde. Oh mein Gott. Ultra-Speed wird aktiviert. Und wir haben schon über 120 Speed-Punkte. Das ist auf jeden Fall mega, mega krass. Weiter geht es. Ich glaube, Freunde. Das hier ist der allerstärkste Spieler auf dem ganzen Roblox-Server. Aber den werden wir auf jeden Fall aufholen. Schreibt es unten in die Kommentare, Freunde. Werden wir es schaffen, der allerstärkste Spieler auf der ganzen Welt zu werden. Und wenn du mir dabei helfen willst, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also alle jetzt liken. Und dann werden wir es zusammen als Team auf jeden Fall schaffen, Freunde. Let's go. Schaut euch das mal an, Freunde. Der meditiert da einfach. Das sieht mega, mega lustig aus. Oh mein Gott. Wie riesig die sind. Da sind wir eine Ameise hingegen. Aber so weit. Wow. Werden wir auf jeden Fall auch kommen. Und Freunde. Das ist ein mega krasser Giganten-Battle gerade gewesen. Und die 100er-Kombo wurde erreicht. Und auch das Stärke-Level von Level 3000, Freunde. Wir aktivieren gerade die volle Power. Ich bin schon mega, mega gut dabei, auf jeden Fall zu trainieren. Schaut euch schon mal meine fetten Muckis an. Und mein Kopf verschwindet immer und immer mehr, Freunde. Bald wird mein Kopf einfach komplett weg sein, Freunde. Oh Mann, oh Mann. Wow. Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Nein, 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 Freunde. Das darf nicht wahr sein. Und wir sind perfekt einfach auf einer Laterne gelandet. Das kann nicht sein. Wir haben mir das überlebt, Freunde. Der allerstärkste Spieler hat uns ja total weggekickt einfach. Und jetzt sind wir perfekt auf der Laterne gelandet. Freunde, wir haben es gleich zusammen geschafft. Wir haben gleich Stärke 10.000 erreicht. Ich komme schon noch ein bisschen Hantel hochheben. Und jawohl, Stärke 10.000. Wir sind so, so krass stark. Und mein Kopf verschwindet immer und immer mehr. Das ist mega, mega verrückt. Oh mein Gott. Schaut euch das mal an. Wie krass sehen wir denn schon aus? Wir sind schon eine richtige Gigantin. Haha. Der haut ab. Hey, bleib stehen. Oh, warte, warte. Guck mal, der ist so klein wie eine Ameise. Das ist mega, mega verrückt. Ein Verrücker. Und ich sehe gerade, wir haben sogar eine neue Attacke freigeschaltet. Und BAM. Wir haben so eine Stampfattacke dieses Jahr. Und BAM. Mega, mega mächtig einfach. Dann würde ich sagen, Freunde, machen wir doch ein paar Haaruck. Passt kurz. Oh yeah. Damit wir auch ein bisschen schneller werden. Und dann kann es auch gleich ab in den Kampf gehen. Hey, der greift uns hier an, Freunde. Du willst Stress haben? BAM. Ich hau dir auf deine Nuss. Und Tja. Der hat hier gar keine Chance, Freunde. Warte jetzt mit der Stampfattacke. Und BAM. Haha. Grenn weg. Oh yeah. Da rät der wie so eine kleine Armeisein. Das ist mega, mega lustig. Und warte mal, der kommt wieder. Okay. Und BAM. Komm her. Ich werde dich BAM fertig machen. Okay. Den kriegen wir auf jeden Fall, Freunde. Du willst dich mit mir anlegen. Der ist ja viel schneller als ich, Freunde. Aber ich bin ja auch viel, viel größer und viel, viel stärker. Und der kommt wieder. Und jawohl. Das war mein erster Kill. Easy peasy, Freunde. Was ist denn jetzt los? Hey, der kommt wieder. Das darf hier wohl nicht wahr sein. Dann würde ich sagen, mache ich meine BAM. Stampfattacke. Haha. Und da rennt er natürlich wieder weg, Freunde. Das ist, wow, mega verrückt. Und warte mal. Der ist da ja wieder. Das darf nicht wahr sein. BAM. Let's go. Aber guckt euch das mal. Dann habt ihr gar keine Chance gegen uns, Freunde. Mit unseren Naruto-Handschuhen. Oh yeah. Und bumm. Einfach mit einem Faust drin haben wir den einfach so zerquetscht, Freunde. Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall in einem Turnier. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, hä? Und wo sind deine Gegner? Äh, meine Gegner? Da ist ein Gegner. Und dort drüben sind kleine Gegner. Die werden ja alle gar keine Chance gegen mich haben, Freunde. Und ich mache mal die BAM. Stampfattacke. Let's go. Schaut euch mal diese kleinen Gegner an. Und wir sind einfach so, so riesig. Und mega, mega stark. Die werden ja gar keine BAM Chance gegen mich haben. Und let's go. Da haben wir schon den ersten weggeschnetzelt. Und ja, guckt mal der Arm. Der rennt hier die ganze Zeit weg. Oh nein und nein. Aber den werden wir auf jeden Fall auch bekommen. BAM. Jawohl. Und wir haben einfach den Boxkampf gewonnen. Let's go. Oh yeah, Freunde. Wir werden alle fertig machen. Wir sind der Stärkste auf dem Roblox-Server. Bam, bam, bam. So. Oh yeah. Und guck mal. Der wird auch auf die Nuss haben. Ja, ja, ja. Wegrennen bringt hier auch nichts. Denn ich benutze meine Stampfattacke. Bäää. Und da rennt er weg, Freunde. Ich werde dich auch noch kriegen. Und bam, mit meinen Naruto-Handschuhen. Werde ich dich sowas von kaputt schlagen. Jawohl. Den haben wir auch easy peasy weggeschnetzelt. Auf dem ganzen Server. Hier hat echt gar keiner eine Chance gegen mich. Ich bin der Allerstärkste auf dem ganzen. BAM. Roblox-Server. Schaut euch das mal an, Freunde. Wir haben es wirklich geschafft, der Allerstärkste zu werden. Wir haben auch dort angefangen, wie diese kleine Ameise dort. Als kleiner Stock und Donk. Und jetzt schaut uns an, Freunde. Wie riesig wir sind. Und wie krass wir sind. Oh yeah. Schaut euch das mal an. Wir haben jetzt 12.000. Über 12.000 Stärkepunkte einfach. Und wir haben solche Muskeln bekommen. Das ist unglaublich, Freunde. Und das nächste Turnier startet auch jetzt sofort. Und ich würde sagen, wir joinen mal direkt in das Turnier ein. Und dann werden wir auf jeden Fall wieder jeden Einzelnen als der Allerstärkste Spieler zerstören, Freunde. Eins und let's go. Ab geht es. So, wer will sich jetzt mit mir anlegen, Freunde? Und was? Das sind meine Gegner. Oh Mann. Oh Mann. Das ist mega, mega lustig. Und guckt euch das nochmal an. Die werden doch gar keine Chance gegen mich haben. Allein mit einem Tritt, ey. Oh Mann. Oh Mann. Und da hoppelt der wie so ein kleines Häschen weg. Oh Mann. Oh Mann. Aber du wirst leider keine Chance gegen mich haben. Ich werde dich auf jeden Fall bekommen. Kleiner. Stehen bleiben. Oh. Wir sind einfach so, so krass mächtig, Freunde. Ich meine, schaut euch das an. Das ist doch unnormal, ey. Wir sind richtig starker Mutant geworden. Bam. Mit den Naruto-Handschuhen auf ihn draufschlagen. Jawohl. Den ersten haben wir bekommen, Freunde. Und das ist unser zweiter Gegner im Boxring, ey. Die haben doch beide gar keine Chance. Die Armen. Ach Mann, oh Mann, ey. Und komm schon. Jawohl. Da haben wir auch schon das zweite Turnier. Den zweiten Boxkampf gewonnen. Und wir haben wieder 200 Juwelen bekommen. Das ist mega, mega krass. Und oh. Dann würde ich sagen, bam. Wir schnetzeln hier noch ein paar Spieler weg. Und bam. Keiner hat eine Chance. Bam. Oh yeah. Und dich hole ich auch noch. Ich habe es euch gesagt, Freunde. Du und ich werden es auf jeden Fall zusammen schaffen, der allerstärkste Spieler auf dem Roblox-Server zu werden. Und Freunde, habe ich euch zu viel versprochen. Wir haben es geschafft. Und jetzt können wir jeden mit unseren Naruto-Boxhandschuhen kaputt haben. Und keiner kann sich irgendwie wehren oder hat irgendeine Chance gegen uns. Oh yeah. Das macht einfach mega, mega viel Spaß. Wir wollen einfach von einem Stock zu einem mega starken Bodybuilder. Oh yeah. Und dann würde ich sagen, Freunde. Das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex-Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi.